auch meine Güte, der war aber nah! Wie heiß denn das? Race Weapon... Tockel Race Weapon... Na, wie heiß denn das da? Nuklear-Dingsbums durchgucken und so? Wiss ich nicht. Nuklear, das ist sehr schön. Das geht irgendwie. Ich hab das doch bei den anderen Spielern auch mal gesehen. Drück mal ALT. ALT? Ja. Nö. Okay. Ich weiß, man kann das irgendwie vor die Nese nehmen. Ich weiß leider nicht wie. Ja, das macht ja auch Sinn, ne? Achso, warte mal. Ich muss erst mal... Weapon so... Jetzt ALT? Nö. So? Nö. Tactical View... Drück mal... Oh Gott, wo ist das denn jetzt wieder hier? Drück mal irgendwas auf dem... Drück mal Plus auf dem Nummern... Nee, Punkt auf dem Nummernblock... Nee, nee, ist nur so. Ich hab grad die Maus voll verrissen. Deswegen hab ich mich so erschrocken. Unten das... das Komma auf dem... auf dem Nummernblock geht auch nicht, ne? Nee. Und ein Enter auf dem Nummernblock, irgend sowas? Nee. Wollen wir erst mal wieder hier runter? Mir gefällt diese erhöhte Position nicht so wirklich, auch wenn nur so wenig Leute auf dem... Ja. Oh Gott, ey, First Person geht einfach nicht. Man konnte doch irgendwie, wenn er Shift... wenn ich Shift gedrückt halte, ne, dann geht er doch langsam, sehr schön. Oh Gott. Sehr gut, sehr gut. Sorry, aber ich geh ganz, ganz langsam hier runter. Aber hier sind ja Geländer, hier dürfte ja eigentlich... Oh, nichts passieren. Ja, wenn ich das hier so links sehe, da falle ich doch... runter. Ja, das übt ja auch, mit der Steuerung klar zu kommen. Ich höre hier schon wieder meine Freunde. Ja, ich auch. Und der Spieler muss ja auch nicht unbedingt sehen, dass ich seine Waffe habe. Uch, hallo. Nee, das stimmt. Jo, gute Nacht. Das warst du, ja, gut. Jo. Die Zombies sehen alle eigentlich recht gechillt aus, das heißt kein anderer... Es ist auch nur noch einer mit uns auf dem Server. Hoi! Na denn. So, ich bin auch unten. Muss mich mal gerade anders hinsetzen! So. Wohin? Feuerwache, keine Ahnung, Krankenhaus... Krankenhaus waren wir schon. Hm. Hm. Warte mal, so. Hier in den Schuppen als erstes. Huch! Wie geht's? Äh... Denk ich nicht. Guck, ein Reifen! Ja, wechsel mal wieder. Ja, Chef. Habe ich ja voll nicht Bock drauf, dass du hier rumrennst mit der Waffe. Bin ich dir zu gefährlich? Ja, für mich. Und mal, da kann man auch noch eine Leiter hoch. Nee, aber da waren wir doch schon. Ja, genau. Lass lieber Gebäude gucken. Achso, äh, so. Genau, Gebäude gucken. Gebäude gucken ist schick. Wo rennen wir denn jetzt mal hin vor Schreck? Du bist hinter mir. Ja. Hier ist doch noch so viel... Wo ist denn das bloß alles gewesen? Feuerwache. War die nicht da hinten am Ende der Straße? Weiß du? Weiß ich nicht. Du warst so öfter? Ich war noch nie in der Feuerwache. Doch. Doch. Wo uns der andere Typ begegnet ist. Ja, aber der Wagen kommt mir bekannt vor. Ja, 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 ja. Irgendwie schon, ne? Die Richtung müsste stimmen. Ja, der Zombie. Nee, Straßmix ist aber auch nicht so toll. Äh, ja. Gut. Folge dir. Da vorne... ... ob war denn das? Naja, kommt alle mit, die lieben Zombies. Hier, Tech-Dingsbums. Tech was? Oh Gott. Wo bist du? Ich bin abgewogen. Ja, ich seh schon, aber warum? War nicht beabsichtigt. Der ist doch einfach um den Zombie drum herum gerannt. Ist schon gut, ich bin in nem anderen Schuppen-Dingsbums. Ja, ich kann grad nicht Zombies töten. Ey, was ist denn das jetzt? Hallo? Hallo? Ich treff grad nichts. Obwohl ich voll drauf gedödelt habe. Geht mir gar nicht aus. Oh. Doch, egal. Ich renne mal gerade wieder raus und... Ach hier, das Tech-Dingsbums meinst du? Alles klar. Ich renne da mal gerade hin. Ja, ich auch. Das ist mir hier zu blöde. Ich treff hier auch nichts. Das ist doch das hier, wo die Zombies die Treppe nicht hochkommen. Wieso? Wieso? Oh Gott. So, Vorsinn, ich komme. Kommst du? Ja, ich seh dich. Oh, ich hab die Tür kaputt gehauen. Komm rein, komm rein, komm rein. Ach so, aber das ist ja das hier, wo wir auch nicht weiterkommen, ne? Ja, ja, nur, äh, ich wollte nur wegen den Zombies. Ja, ja. Weil die hier über die Treppe ja irgendwie nicht rüber können. Ah, nicht so laut, nicht so laut! Pssst! Halt durch! Oh! Ich dachte, ich könnte die Zombies da durchtreffen. Ich würde mich da durchtreffen. Pass auf! Komm, hier zur Tür! So, einen hab ich. Der Zombie hört auf mich. Ich hab auch einen. Oh, da ist noch einer. Kommst du bitte her, mein Freund. Jo. Noch einer? Ne, das dürfte es sein. So, was liegt hier? Da war doch auch irgendwo ein Eckhaus. Wo war die scheiß Feuerwache? Frank & Beans und ne Bandage? Ist egal, lass ich da. Hallo! Ähm. Gott, da bist du. Oh, da kommen aber noch ganz schön viele. Ja, dann lass doch einfach laufen. Ich weiß aber nicht, wo die Kackfeuerwache ist. Ach so. Warte mal, den schnellen, den nehmen wir noch, den lassen wir noch hier kurz. Ja, will dahin. Ja, wir können die anderen auch noch. Sind hier die Scheiben kaputt? Man kann da nicht rein, schade. Ach komm, hallo Kriecherchen. Ich hab den hier noch genommen, ja. Der stand hier grad so rum. Hier ist noch so ein Krawler, der kommt jetzt gelaufen. Guck, kannst du doch gehen. Es kann gehen. Ja, 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 die stehen irgendwann auf. Voll verrückt. So, jetzt auf, oder wie? Ja, wir laufen einfach mal. Ich lauf jetzt mal nach rechts. Ja, ich folg dir einfach. Lauf hin, wo du willst. Da hinten. Ups. Guck mal, hier rechts sind Hallen. Warte mal hier. Genau, ich bin jetzt grade mal rechts. Ich hoffe, ich kann jetzt hier... Kann man ja. Nee, kann man nicht. Kann man nicht, okay. Also biegen wir hier auf der Straße dann irgendwie rechts ab. Jo. Ich steh dich und folge dir. Lasse den Zombie da stehen. Ich bieg jetzt hier links... Aber ich hätte zum Laufen schlagen können, wa? Geh weg. Geht das Tor auf? Warte mal. Oh Gott, oh Gott. Nee, kann Tor grad nicht aufmachen. Ist zu kurzfristig. Okay. Hätte aber den Zombie gehabt hinter dir. Ich biege jetzt hier links. Hier kann man rein. Okay. Achso, das ist wieder so ein blöder Schuppen, wo man nicht rein... Oh, hallo Zombie. Oh Gott. Ich geh andersrum. Ich komm jetzt hier wieder auf die Straße. Moment. Ja, warte, da bin ich auch. Hier sind die Schienen. Also nee, warte nicht, aber... Ich glaube... Was, Schienen? Ich seh da hinten... Ich bin jetzt bei Schienen. Wo bist du? Oh Gott. Auf der anderen Seite. Warte, ich komm mal zurück. Nee, nee, bleib da. Bleib da. Bleib da. Okay, ich ran im Kreis. Hier ist ein Kanister und... Wo bist du? Naja, in den Schuppen hier. Empty, empty. Nicht gut. Ah, da! Hallo! Wo bist du? Hier hinter dir. Lauf hier durch das Loch. Ähm, Zombie. Äh, Zombie. Zombie. Ja, okay. Äh, ist das... Äh, wenn ich den... Achtung, Zaun. Warte, ist das Krankenhaus? Nee, hier ist ein Loch. Oh. Folge dir. Also ich lauf jetzt einfach mal blind links, ja? Ich hab jetzt keinen Plan wohin und wie. Ich guck jetzt einfach mal... Ah! Ähm. Wo bist du hin? Ah, ja da. Okay. Alter, geht weg! Taschenlampe. Haben wir eine. Dichtierzeugs. Wo bist du? Nur Tote. Ich bin hier bei den Toten durch. Ah, ja hier. Wie, warst du in dem Zelt drin? In welchem Zelt? In diesem Zelt. Which one? In diesem Zelt? Ach da? Nee, oh Gott. Da sind eine Milliarde Zombies hinter dir. Äh, ich geh mal hier drüben. Hier ist das zweite Krankenhaus, ja. Alter, Alter. Ja. Wo ist hier drüben? Ah, jetzt ist hier schon okay. Mach bitte die Scheibe kaputt, um Gottes Willen. Aaaaah. Mach schneller! Wir geh nicht kaputt. Wir geh nicht kaputt. Jetzt. Nee, doch immer noch nicht. Nein! Jetzt. Geh rein! Oh Gott. Ist okay, bin da. Und bin in der Forstkursen gelandet, wie auch immer. Ja. Jetzt sterben die wieder nicht. Also da drüben ist ein ganz geiles Lazarettzelt, ne? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Die haben aber keinen Rucksack. Ich auch nicht. Aber wir müssen trotzdem gucken. Hallo! Und gehen die nicht tot? Da kommst du nicht ran, wa? Huh! So, jetzt. So. EpiPen. Painkillers. Blub, 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 blub. Tricks Bandage. EpiPen, wie es aussieht. Hier röchelt doch noch was. Ja. Das ist doch nichts mehr da. Ich esse jetzt nochmal Pistazien. Dann hab ich immerhin einen Slot frei. Nochmal EpiPen. Wo ist diese scheiß Feuerwache? Ah, guck, da kommt er endlich. Oh, die Timorphin. Oh. Oh, Morphin kann ich ja nicht liegen lassen, wa? Ich hab jetzt viermal Morphin eigentlich. Dabei haben wir uns das so oft die Beine noch gar nicht gebrochen. Höre Kirche. Ich nicht. Zwei Schläge. Heute ist es zwei Uhr. Wo bist du? Wollen wir dann hier hinten am anderen Ende. Hallo, hinter dir. Wollen wir jetzt nochmal rüber ins Lazarettzelt? Ich meine, ich hab nix frei. Oh, hier liegt. Ach so, dann gehen wir gucken. Ich bin nicht schon auf dem Weg. Ja, aber pass auf, ne. Im Zelt werden die nicht langsamer. Ach so. Wenn nicht, dann renne wieder raus und renne einfach ne Runde drin. Ne, hier liegt kein Rucksack. Oh, jetzt war, oh Gott. Sag, dass du hinter mir bist. Ich hab grad auf dich eingeschlagen. Gott. Ich hab doch gesagt, bist du wieder raus? Bist du wieder raus? Ja, ja, ja. Bist du wieder raus? Wo bist du hin? Na, wieder Richtung Krankenhaus. Die Zombies, die wir jetzt haben, können wir wieder hier schlagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ich hab mich grade voll verfranst. Ich hab die Maus verrissen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach, da ist das Krankenhaus. Alles klar. Äh, ich komme. Wir haben aber... Ich kann auch keine... Ich kann auch keine Zombies erkennen. Hast du welche hinter dir? Ja. Paar. Ja, ein paar. Sie schon. Ich dachte mir, das ist so ein guter Rückzugsort. Mann, stirb doch. Du bist nicht rangekommen. Du warst noch zu weit weg. Das ist ein Militärmann. Ob der was dabei hat? 75 PK, äh, RPK. Used in... Sagt mir nix. Hab ich nicht. Vorsehen? Mann! Du bist zu weit weg. Ja. Ja. So, okay. Wohin? Sagen rechts und rennen einfach. Äh, rechts. Rechts rum. Also ich lauf jetzt hier rechts und da rechts. So. Aber die Feuerwache kann noch nie weg sein. Ich versuch mal irgendwie in die Halle da. Hier ist ne Tür. Ist die offen? Kann man die offen machen? Rein, 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 rein. Bringe Zombies mit. Na toll, jetzt liegt hier nur blödes Camp... Ne, was ist denn das? Scrap Metal. Wenn wir ein Auto hätten, wir können das Auto fit machen. Hm, hatte ich vorhin auch Scrap Metal. Ne, Electronics hatte ich. Bist du da? Ja. Hm? Wo sind die Zombies? Warte mal, kann man die hier nicht aufmachen? Ne, leider nicht. Ne. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal... Wo ist diese blöde Feuerwache? Lässt mir keine Ruhe. Ich renne mal geradeaus weiter. Ich fuck dir einfach. Das ist mir völlig groß, wo wir hinrennen. Hauptsache, wir werden nicht hier sein. Ist hier überhaupt... Dahinten ist ne Kirche. Da ist dieses blöde International. Da renne ich jetzt hin. Was? Bist du hinter mir? Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich folge dir. So, hier vorbei. Hallo Zombies. Hier waren wir doch gerade. Ja, pass auf. Pass auf. Schannen weh ich im Kopf. Achso. Wie wir einfach mal... Sonst immer gekrabbelt kaum ne Achse in der Hand kommen. Gib ihm. Jo. Ah, das Hotel meinst du. Genau. Und ich glaube, hier in dieses Eckhaus kann man rein, wenn ich das richtig sehe. Sieht mir sehr offen aus. Ja, das ist offen. Das ist auf jeden Fall offen. Das ist ein Pop. Ein Pop würde ich gerade sagen. Kann man rein. Ein Pop? Ein Pop. Ich habe gelbes Kettensymbol gerade. Oh, nicht gut. So, hier auf dem Klo liegt ein Bogen und was zu trinken. So. Alles gut, brauchst du Hilfe? Nein, nein, nein. Ich bleib hier an der Tür und mach die Zombies totig. Kommst du dann hier hinten aufs Klo bitte? Ich trinke jetzt eine Flasche und packe eine Soda ein. Äh... Fall! Fall um, du Drecksack. So, wir tauschen. Nee, nee, alles gut. Na doch, geh nach hinten bitte, hol dir die... Ähm... Geh weg. Ne, dann mach! Ja, ja, mach. 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 Was soll ich mir jetzt holen? Jetzt stirbt der wieder nicht, der Penner. Da liegt eine Soda. Eine Pepsi-Dings. Dann kannst du eine trinken und eine wieder mitnehmen. Das ist gut. So, ich glaub hier war's das. Oh. Ach nee, du bist hier! Nee, ich meine hinten auf dem Klo. Ja, aber hier geht auch eine. Hier liegt auch eine. Ach so. Na hoch. Ja hoch? Soll ich irgendwas wegwerfen? Damit du... Oder willst du irgendwas wegwerfen, damit du das noch hast? Nee, was liegt denn da vor dir noch? Da liegt noch irgendwas. Ähm... Irgendein Magazin, glaub ich. Warte. Marker auf. So gefährlich auch so. Keine Marker auf, leider. Ja, geh nicht von mir, ey. Ja, geh weiter! Geh wohin? Ich will nach oben gucken! Ey, ich kenn mich hier nicht aus, ne? Mehr Let's Plays gucken. Warst du hier unten? Unten war ich nicht. Ich bin jetzt oben gucken. Ich will ja immer noch nen Rucksack. Ja, ich auch. Huch. Erstmal dezent an der Tür vorbei. Oh, nicht hier viel zu essen. Was ist jetzt hier ein Handtuch, oder wat? Jetzt wird auch noch mal was gegessen. Nee, bei mir ist so... Ich bin nur ratze-patze voll hier. Ich brauch nix essen. Frankenbeans oder Pasta? Nein, lieber Pasta. Pasta ist geiler. Wie ich die Schmatzen höre, wa? Bist du links oder rechts? Jetzt schmeckt. Jetzt schmeckt halt. Bist du links oder rechts? Ich war gleich in allen Räumen. Bin einmal durch. Kein Rucksack. Komme jetzt zurück. Okay. Ja, nicht, Brunnen. Ich steh hier. Ah, hi. Okay. Oh. Oh. Echt? Und das? Ich habe hier noch mehr. Oh.